Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Chef live dem Restaurant Simulator. Wir müssen einmal das und einmal die Suppe. Die Suppe. Ach, die hatte ich doch gemacht. Die ist jetzt weg. Das ist doch Käse. Ähm... Müssen wir sie nochmal machen. Das ist echt doof. Wenn man das, äh, ja, vorbereitet. Das Brot muss ich noch machen. Und alles, was nicht im Kühlschrank steht, ist anscheinend dann weg. Das ist doof. Sehr doof. Aber gut, wenn man es weiß. So, wir haben das Brot. Wir haben die Tomaten. Wir haben den hier. Wir haben den hier. Anfangen. Und wir... Achso, wir brauchen Basilikum zum Würzen. Ja, ja, kriegst du gleich. Moment. Basilikum. Perfekt. Okay. Wir brauchen ein Tablett. So, wir brauchen das Minzöl, glaube ich. Derweil kann das hier schon mal. Es dauert jetzt halt lange. Das müssen wir gerade in den Kühlschrank packen. Geht nicht. Ach, Minzöl hatte ich ja sogar noch. Die kann man schon mal raus tun. Und die kann man raus tun. Und dann kann ich das hier nehmen und da rein tun. So. Den kann ich dann schon mal anrichten. Die Suppe brauche ich jetzt halt noch ein bisschen. So. Nehmen. Muss man eben noch kurz warten, bis die Suppe fertig ist. Aber die ist gleich fertig. Sehr schön. Minzöl. Was passt denn davon noch in den Kühlschrank? Minzöl. Ja, ja, du hast nichts zu tun. Suppe ist fertig. Hä? Wie nehme ich denn die Suppe? Kalte Tomatensuppe. So. Halleluja. Sorry, dass es so lange dauert. Ach, jetzt brauche ich den Sellerie noch. Ups. Ja, wie gesagt, völlig aus dem aus dem Dings. Das wird keine gute Bewertung geben, denke ich. Lang gewartet seid. Aber okay. Könnte ich auch noch deaktivieren. Ich weiß. So. Das können wir schon mal servieren. so, wir brauchen die Suppe und das Fischfilet. Das Fischfilet. So, du kannst noch mal was brauchen wir für die Suppe noch? den, den. So, ich brauche Mehl. Moment, falsches Rezept. Denn wir brauchen Mehl und den hier und Butter. So, Mehl und das. Sehr gut. Pfanne. Müssen wir einschalten, dass der heiß wird. So, dann brauche ich noch Maronen. Den Rest macht er hier, glaube ich, gerade. So. Das können wir dann schon mal kochen. so, würzen. Was brauchen wir denn? Es fehlt viel Salz. Nochmal Salz. Perfekt. Nachher müssen wir noch abdecken. So, hier können wir schon mal die da, die da. So. Das fügen wir hinzu. Passt. Wann muss ich das wieder aufdecken? Äh, Herbstsuppe. Ach, da hinten kommt er erst drauf. Okay. ist egal. Nehmen wir noch mal ab. Hier muss ich nichts mehr machen, ne? Ne, einfach nur warten, bis das fertig ist. Minze brauchten wir da, glaube ich, noch, oder? Ne, die Bohnen. Okay, die haben wir. Die Bohnen haben wir. So, jetzt kommt der Deckel drauf. Das können wir gleich nehmen. Die stellen wir mal kurz drauf. Bis die hier fertig ist, die kocht halt ewig, ne? Da haben wir noch mal das Gleiche. Okay, dann kann er gleich mal noch ne noch ne Sehzunge machen. Dann brauche ich noch mal Mehl. Das noch, das noch und Mehl noch. Der kocht noch. Ja, die sind schon schlecht gelaunt. Können wir schon mal anmachen. So. Das da, das da. Topfen nehmen. Topfen nehmen. Wow. Ähm. Ähm. Nehmen Brunnen. Nehmen Seezunge. Werfen Butter rein. Ähm. Ähm. Weh. Hallo? Ähm. Wieso kann ich die nicht? Also, Halleluja. Ähm, so. Moment, Moment, Moment. Die brauchen mal, die brauchen mal. Huh. Uh. So. Und dann haben wir noch die Suppe. Ach, die muss ich noch mixen. Rüh. Shit. Das gibt keine gute Bewertung. So. Kann ich die Bohnen da auch noch drauf tun? In der Hoffnung, dass die warm werden. Äh. Minzöl. Minzöl. Maronensuppe. Kann ich da aber gleich schon mal die nächste machen. So. Die nehmen wir. Die machen wir. Okay. So. Arbeitsstation. Maronensuppe. Halleluja. Muss man echt erstmal wieder ein bisschen reinkommen? Äh. So. Gericht nehmen. Nein, im Moment gerade nicht. Ah, das ist alles wieder warm. Sehr gut. Ne, die noch nicht. Die gerade. Das erwähnen wir gerade. Und dann holen wir die nächste. weiter. So. Die wird kalt. Die machen wir gerade da drauf. Dann holen wir die zwei Sachen. Dann können wir die nämlich gerade anrichten. Anfangen. So. Und dann holen wir gleich noch die Suppe. So. Ja, ja, alles gut. Du kannst mir hier gerade leider nicht helfen. So. Und dann können wir die anderen zwei auch servieren. So. Halleluja. Gibt keine gute Bewertung. Mit Sicherheit nicht, weil mir alles viel, viel, viel zu lange gedauert hat. Aber wie gesagt, ich muss erst mal wieder reinkommen. Das ist jetzt über zwei, drei Wochen her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, schlechte Schicht. Aber wir haben Geld gekriegt. Okay, bisschen enttäuscht. Wir haben lange gewartet, bevor wir bedient wurden. Ja, überall lange gewartet. Okay. Müssen wir das nächste Mal besser machen. Werden wir das nächste Mal besser machen. Ich überlege gerade, ob wir jetzt noch irgendwas machen müssen. Eigentlich nicht. Da muss ich jetzt erst mal wieder ein bisschen reinkommen. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir damit auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Like, einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Tag. Tschüss. Schuss. Tschüss. Kas sanofis. Vielen Dank.